Hi ihr Lieben, wir machen jetzt ein Outfit-Check. Ich fang an, ja. Hose Montgomery, Pullover Karl Longfinger, Cap Nils Jorgen. Ah, ist das dein neuer Laden? Ja, ja, in Kaiserbach. Kaiserbach, ja. Und Ohrringe, Bertolt Boyne. Okay, also Jacke von Fingelby, Oberteil von Tokemania. Ah, Tokemania, stimmt. Ja, Leggings von Be The Future. Ja, und das hat auch eine Online-Stock. Und das ist von Frito Lightning. Ja. Ja. Viel Spaß beim Nachshoppen. Ja, ciao.